Lustiger Typ, der Hoffmann, den leihen wir aus heute Abend zu den Kollegen. Vielen Dank, ja er tritt bei uns an zum kulinarischen Duell. Wessi gegen Ossi, der Nationenkampf gleich bei Galileo um 10 nach 7. In der gemeinsamen Ost-West-Woche, Dankeschön. Stefan, ruhig mal kurz da bleiben, es kommt jetzt was, was die Gedanken kommen könnte. Wir zeigen nämlich, was eine Vampir-Achterbahn ist.